Und damit willkommen zum Glaybilt, denn habt ihr euch schon lange gewusst. Und heute ist es soweit. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, weil wir haben über vieles zu reden. Ein paar Sachen möchte ich direkt zum Anfang sagen, weil mein Bild nicht perfekt ist. Da werde ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Das heißt, das, was ihr gerade gesehen habt, das kann noch viel, viel besser und stärker sein. Außerdem spiele ich für den Controller. Ich bin nicht der beste Aimlab-Profi. Wenn ihr die Schwachstellen besser trefft, dann kann es auch sein, dass ihr viel, viel, viel besser performt als ich. Ich bin wirklich ein Casual-Gamer wie ihr, die meisten von euch. Und wenn ich das hinkriege, dann kriegen das die meisten von euch wahrscheinlich auch hin. So, starten wir rein in den Bild. Ich würde sagen, als erstes frühstücken wir die Waffe ab. Hier habe ich die Python. Das ist die beste Waffe, die ihr nehmen könnt. Ihr könnt aber auch ein Zema nehmen. Ihr könnt einen Donnerkäfig nehmen. Im Prinzip könnt ihr eigentlich jede Waffe nehmen, die eine hohe Feuerrate hat. Und wenn ihr wollt, könntet ihr auch eine Waffe nehmen, die eine hohe Crit-Rate hat. Die Python hat zum Beispiel gar keine hohe Crit-Rate. Jetzt werdet ihr gleich auch in den Modulen sehen. Ich habe gar nichts für Crit drin, sondern wirklich nur Standardschaden und Schwachstellenschaden. Ihr könntet aber auch eine Waffe nehmen, die hier eine hohe Rate hat. Ich glaube, der Donnerkäfig hat eine relativ hohe Rate. Und dann noch auf Crit gehen. Das ist hier nur ein Beispiel, wie ich ihn habe. Ihr könnt aber natürlich auch mit anderen Waffen besser oder gleich gut performen. Also, die Python. Wieso die Python? Weil die den attributlos Widerstand vom Gegner senkt. Meine Python ist hier auf Max-Level. Damit hat ihr keinen Rückstoß mehr. Eine Dauer von zwei Sekunden, bis man den nächsten Stapel reinhauen kann. Maximale 28 Stapel. Und die Widerstände, die reduziert werden, die ändern sich nicht. Ihr könnt dann zum Beispiel attributlos Widerstand. Das passt natürlich perfekt für Glay. Und Giftwiderstand würde perfekt passen für einen Giftkämpfer, wie zum Beispiel Freiner. Aber ihr könntet dann auch in die Waffe selber, gehen wir mal in die Module, anstatt jetzt hier Elektroverbesserung, Giftverbesserung reinnehmen. Oder jedes andere Attribut könnt ihr natürlich auch spielen. Aber das würde sich hier natürlich am meisten lohnen, Gift drauf zu spielen, um nochmal das Maximum rauszuholen. Aber jetzt in dem, was ihr gesehen habt, war Elektroverbesserung drin. Weil der Verschlinger natürlich gegen Elektro eine Schwäche hat. So, dann gibt es ein paar Standardsachen, die sind immer drin. Versteckter Dralle ist immer drin. Feuerrad ist immer drin. Mentaler Fokus ist das absolute A und O auf Glay. Ich weiß nicht, ob man das im Video gerade gesehen hat. Aber wenn ihr die dritte Attacke zündet, dann bekommt ihr wieder, oder dann zählt das nicht, als würdet ihr nachladen. Und dieser Effekt von 150 Stapeln bleibt. Das heißt, ihr habt durchgehend 150% mehr Schusswaffenangriff. Wirkung gegen Wirkung ist auch immer drin. Ich habe jetzt hier Adlerauge noch drin, weil ich noch Modulkapazität übrig hatte. Aber das ist normalerweise nicht hier drin. Das habe ich nur rein rotiert, weil wenn ich normalerweise nicht mit Elektro spielen würde, sondern mit Gift, so würde ich zumindest standardmäßig spielen, dann bin ich bei 76. Und deswegen habe ich hier dann noch Adlerauge drin gehabt. Aber das ist jetzt für das Video nicht allzu wichtig. Ihr wollt für den Verschlinger ja Elektroverbesserung, beziehungsweise das, was ich gerade gezeigt habe. Dann noch Schwachpunktfixierung ist das, was ihr noch am meisten an Schwachpunktschaden rausholen könnt. Und dann nochmal Schwachpunktvisier. Und dann kommen wir insgesamt auf 93% Schusswaffenangriff, 25% Feuerrat steigern, 20% Rückstoß, das ist aber nicht so schlimm, und 75% Schwachpunktschaden und minus 20% Genauigkeit. Aber wie gesagt, Genauigkeit und Rückstoß, wenn ihr ein bisschen besser spielt als ich und auch näher am Boss dran seid, da macht das nicht so viel aus. eher bei Bossen, wo ihr richtig kleine Ziele treffen müsst und vielleicht nicht so gut aimen könnt. Aber das ist hier jetzt erstmal vernachlässigbar. Ja, das ist die Python. Habe ich, glaube ich, dreimal verbessert. 1, 2, nee, 3 Mal? Naja, ich glaube 3 Mal. Und natürlich auch plus 30 Kapazität gesteigert. Das braucht ihr auch, um alles drauf zu haben. So viel zur Waffe. Dann möchte ich direkt zum Reaktor gehen. Nein, falsch. Waffe ist noch gar nicht fertig. Wir müssen ja auch noch über die Justierung sprechen. Da wollt ihr Schaden gegen Kolosse, ihr wollt Schwachpunktschaden, ihr wollt Schusswaffenangriff und dann irgendein Attribut. Wenn ihr eine andere Waffe nutzt, dann könnt ihr hier auch Grit reinrotieren. Das kommt dann auf die Waffe an. Aber bei der Python, Kolossschaden, Schwachpunktschaden, Schusswaffenangriff und dann irgendein Attribut noch draufpacken. So, dann der Reaktor. Da muss ich leider sagen, habe ich keinen guten Reaktor aktuell, weil wie ihr wisst, habe ich euch schon mal in einem oder anderem Video gesagt, kann man hier Reaktoren farmen. Und diese Woche ist leider kein Attributlos Standard Munitionsreaktor drin mit Dimension. Den wollt ihr nämlich. Ihr wollt einen Reaktor mit Dimension, Attributlos und Python. Und ich habe hier leider nur einen für Python, Attributlos und keine Dimension. Das heißt, hier geht auf jeden Fall auch nochmal Schaden hoch. Außerdem sind meine unten die beiden Zusatz-Afixe sehr schlecht. Sekundär, Angriffstärke braucht ihr gar nicht. Da wollt ihr sowas haben wie Dimensionenschaden, Attributlos-Schaden. Und Fertigkeiten, Abklingzeit braucht ihr auch 100%. Das müsst ihr sowieso haben. Blau, Lila oder Gelb. Am besten wäre natürlich Gelb. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Weil ihr die Abklingzeit auf jeden Fall braucht. Aber ja, das ist der Reaktor, den ihr braucht. Für die Waffe, die ihr spielt, muss ich auch nicht Python sein, kann auch Donnerkäfig sein oder irgendeine andere Waffe. Attributlos Fertigkeitsstärke und Dimensionsfertigkeitsstärke. Plus unten auf jeden Fall Abklingzeit. Und als zweites würde ich entweder nochmal Attributlos oder Dimensionsstärke draufpacken. Dann wollt ihr das komplette Set vom Auslöscher, den Auslöscherkomponenten, die bekommt ihr beim Verschlinger. Und dort ist eigentlich egal, was ihr drauf habt. Max-LP und Verteilung ist immer gut. Alles andere ist egal. Ihr wollt eigentlich hier nur das Vierer-Set haben. Bevor ich jetzt auf die nachfahrenden Module eingehe, möchte ich ganz kurz hier erklären, wie ihr überhaupt zündet und wie ihr überhaupt spielt. Als allererstes, wenn ihr in den Kampf rein startet, zündet ihr Raserei, das ist natürlich klar. Dann zündet ihr massive Blutbildung. Durch das rote Modul ändert sich massive Blutbildung so, dass ihr Ressourcen bekommt. Und diese drei Blutkugeln bekommt ihr dann. Somit könnt ihr dann sofort Massaker starten. Das macht ihr dann auch direkt. Wenn ihr dann im Massaker-Modus seid und beim Boss spammt ihr, beziehungsweise zündet ihr erhöhte Sensorik und greift auch immer nur in erhöhter Sensorik an. Und wie ihr hier gerade schon seht, Abklingzeit 8 Sekunden, Dauer 8,1 Sekunden. Das ist bei mir so extrem knapp, weil ihr habt gerade auf dem Reaktor gesehen, meine Abklingzeit ist nur blau. Wenn ihr eine gelbe Abklingzeit habt, dann habt ihr hier mindestens eine halbe Sekunde Zeit, um ein Neu zu zünden. Und müsst das nicht so tight timen wie ich. Aber ist unfassbar wichtig, dass ihr auf dem Reaktor Dauer habt, weil ihr sonst Abklingzeit habt, weil ihr hier sonst nicht auf die richtigen Zeiten kommt. Und jetzt gucken wir uns das Herzstück an von Glay, die Module. Da kann ich direkt mal sagen, ich habe Glay siebenmal gelevelt. Das werdet ihr auch brauchen. Also, so sieht Glay bei mir aus. Ich habe alles bis auf das Modul hier gelevelt. Und das braucht ihr auch, weil das wirklich hungrig ist, was ihr hier alles drin braucht. Also, klar braucht ihr irgendeinen Sekundärangriff auf Max Level. Dann ist hier das rote Modul, was ich meinte, massive Blutbildung. Das heißt, ihr könnt sofort die Fähigkeit hier zünden und bekommt drei Blutkugeln gutgeschrieben. Dann Attributlos-Fokus für die Attributlos-Stärke und Abklingzeit. Dann Dimensionsfokus für die Dimensionsfertigkeit, Stärke und Abklingzeit. Dann MP-Umwandlung für noch mehr Abklingzeit. Flinke Finger für noch mehr Abklingzeit. Dann wir schauen, vier Module nur für Abklingzeit. Dann Max LP, das ist immer gut auf Glay. Das ist nicht meine Chaobi, würde ich euch aber auf jeden Fall empfehlen. Dann Fertigkeitsdauererhöhung um 36%. Erhöhte LP ist auch immer gut auf Glay. Wieso, erkläre ich euch gleich auch nochmal. Herausragende Investitionen gibt nochmal Dauer und LP Heilung. LP Sammler ist sowieso ein Standard-Ding auf Glay. Das solltet ihr immer drin haben. Und dann hier nochmal Gratwanderung. Das ist nämlich wichtig. Wenn eure LP auf 50% oder drunter liegt, kriegt ihr nochmal einen extremen Buff. Das mit dem Ausflasher-Set gibt euch, sobald ihr unter 50% Leben seid, da wollt ihr ungefähr auch sein, einen extremen Attack-Boost. Und das ist der ganze Bild. Noch eine Kleinigkeit. Das Ganze könnt ihr natürlich mit Glay und Ultimate Glay spielen. Es gibt aktuell zum Zeitpunkt des Videos einen Bug auf Ultimate Glay, der den Schaden nicht richtig berechnet. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich mit der normalen Glay sogar ein bisschen besser performen als mit Ultimate Glay. Der Bug wird aber bestimmt bald behoben. Solltet ihr das Video in ein paar Wochen sehen oder vielleicht sogar ein paar Monaten, dann ist der Bug auf jeden Fall behoben und ihr könnt auch einfach Ultimate Glay nutzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Bild. Ultimate ist ein absoluter Bosskiller. Beim Verschlinger bietet es sich natürlich extrem an, weil der Verschlinger sehr hohe Punkte hat für den Schwachpunktschaden. Aber wenn ihr ein guter Aimer seid, dann könnt ihr das bei allen Bossen nutzen, nicht nur beim Verschlinger. Ihr könnt jeden Boss damit sehr, sehr gut besiegen. Wenn ihr vielleicht sogar noch einen Yuji mit dabei habt oder später Luna mit dabei habt als Supporter, dann könnt ihr Bosse alleine wegmähen. Das ist gar kein Problem. Wichtig ist halt wirklich, dass ihr die Schwachpunkte trefft. Wenn ihr ein guter Aimer seid, dann könnt ihr diesen Bild bei jedem Boss benutzen. Ich würde mich natürlich für immer über ein Follow freuen, über ein Like auf dem Video. Als kleiner Announcer, den nächsten Bild, den ich ausprobieren und bauen möchte, ist Viesa. Da gibt es ein Bild, beziehungsweise stelle ich mir ein Bild vor, wo man durchgehend die Ult zündet, man einen Riesenbereich abdeckt mit der Ult und man in ein paar Sekunden wieder die Ult zündet und man quasi als Magier rumläuft und gar nicht mehr irgendwelche Waffen benutzt. Das stelle ich mir sehr cool vor. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, aber ich werde versuchen, da was Cooles auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein! Bis zum nächsten Mal!